Hallo und herzlich willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wild Mit mir, dem Butcherzo Wir halten uns von diesen elektrischen Wesen erstmal fern Äh, wir nehmen hier nochmal das hier, so Guck mal, weeeeee Pam, 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 pam Ah, er bringt was jetzt hier zum zerbrechen Hallo So Ne, war einfach mal, dass hier was auch gleich zerbricht So komm So Und als nächstes kämpft wir dann einfach mit dir Jetzt, guck, doofen Elektroviecher Die sind echt voll nicht nett Aber ich will zu dem Klee Dorfter nochmal Ein Exalbogen Einmal irgendwo einen Billobogen Hier komm, wegwerfen Den Exalbogen So So raus Und Nehm, da wobei Na komm, werden wir uns ja einen richtig schönen Treffer leisten Werden wir jetzt mal einen richtig schönen Treffer leisten. So, okay, 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 wo bist du, wo bist du? Warte. Erstmal, um es klarzustellen. Ja. Dann. Was? Wo ist unsere Eiermaßballholzfall? Die einfach runter... Nee, das ist doch... Komm, wo bist du? Komm mal da runter, ey. So. Ein Elektro-Stark. Im Stein des Stabes soll die Wut der Gewitter des Heilurgebirges eingeschlossen sein. Er verschließt Elektro-Kugeln, ist aber für den Nahkampf ungeeignet. Alter. Also, ganz ehrlich, ja? Wer kämpft, wer gegen... ...gegen Steinriesen? Wer kämpfen gegen... ...gegen gerade diese komische Hexe? Hat hier eine Elektro-Fledermaus? Keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. Feiniger Fall, jetzt ja alles, weil wir dann den Elektroschock bekommt. Jetzt hat... ...bleh. Oh, nö. Oh, nö. Guck mal her. Ah, nehmen wir mal gleich. So. Oh, echt jetzt? Wo bist du hin? Wo bist du hin? Wo bist du auf? Wo bist du hin? Wo不? blödes teil so wir haben zwar elektroschutz aber das hat jetzt wirklich nicht viel gebracht es hat uns jetzt deutlich weniger schaden gemacht aber gab es hier der wenigstens auch irgendwie truhe oder so hier sind schwerter verrostete schwerter ich hätte vielleicht die umgebung aber so ein bisschen mehr nutzen sollen aber was der stab auch genau bringt das weiß ich auch noch nicht müssten wir herausfinden im kampf hier gibt es wirklich keine truhe so wir sind jetzt hier wir sind auf den richtigen weg nicht auf den rechten weg das immer sowieso aber auf den richtigen sind wir auch denke ich und alle da benötigt jemand unsere hilfe so ich würde sagen wir probieren einfach mal ne was nehmen wir denn jetzt so nein so stop 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 blödmann so gib mir was du hast uns gerät du hast uns errettet ich steige dir von herzen dies ist keine aufmerksamkeit bitte nimm das an dich eine kleine aufmerksamkeit schleichkräuter reißbällchen es ist wohl nirgends mehr sicher selbst der dörfer und städten nicht ich muss härter trainieren wenn ich meine liebste beschützen will er kommt angetreten wir bereisten zusammen die welt meine blumen namens prinzessin in zieren zu finden natürlich wissen wir dass es mit den monstern hier draußen gefährlich ist aber ich wollte unbedingt mitkommen solange wir uns zusammen solange wir nur zusammen sind werden mein mann und ich mit allem fertig warte mal warte mal wartet mal habe ich gesagt hat frostkraut zitter blablabla in die hand komm her komm 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 hallo sprechen ja ja komm ja 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 ich werde dich mit meinem leben schützen so so äh feuerstein 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 in die hand Wie macht man jetzt ein Feuer an? Mit Feuerfeil. Ich will aber dafür jetzt kein Feuerfeil verwenden. Geht, das müssen wir mit dem Feuerstein gehen. Warte mal. Wenn man entgegen, statt das Metall darauf schlägt, entsteht... Ja, okay, das hat kein Metall mehr. Gut, okay. In die Hand. In die Hand ablegen. Jetzt entgegen, statt mit Metall. Ja, bis morgens, bitte. So, vielleicht hat sich ein paar Herzen aufgefüllt. Aber ich glaube, das passiert auch nur beim Schlafen. Ja. Nein. Wir werden jetzt... einen in die Hand, in die Hand. ein Fleischbraten machen. Einen leckeren Braten. Um ihn direkt danach zu essen. Nam, 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 nam. So. Würde ich sagen, zieh mal weiter. Den hier haben wir geholfen. Da ist ein Glöckchen. Ein Schleichglöckchen. Haben wir hier. Ah, guck mal, hier gibt's wieder viel zu sammeln. Hier ist ein Wäldchen. Haben wir hier auch? Oh, hört ihr das auch? Nein. Wir müssen jetzt ganz leise sein. Ja, ja, ganz leiser. Dann können wir endlich mal wieder ein Wildschwein jagen. Sehr gut, wir haben Wildschwein gejagt. Ich bin so gut. Was haben wir denn da? Da mal ein schwarzes Pferd. Da mal Pferde. Da mal ein blaues Pferd. Eine große Maxi-Rübe. So, wir holen uns jetzt erstmal ganz leise. Dieser Eidechse da. Oh. Was ist denn das eigentlich so für Klippe auf den Bergen? Das sieht so eklig aus. Na ja. Da ist noch eine Maxi-Rübe. Das war keine Super-Maxi-Rübe. Aber eine Rübe. Oh. Aufhören mal hier ein bisschen im... ...Waldrand hinten. Sehen wir hier was irgendwie am Waldrand. Nö. Gehen wir mal kurz auf die kleine Erhöhung. Da ist irgendwas hohes. Was ist das denn? Da ist der Schrein. Aber. Hier sind doch Fittlinge. Die wurden in Fittwasser gebadet. Sind also ganz sauber und rein. Hm. Was macht da wohl sein? Ne. Was ist denn so ein Feuerpfeiler? Okay. Dann müssen wir es wohl so machen, dass Erg ins Inventar mal wieder gehen. Feuerstein. 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 In die Hand. Echt jetzt? Leute. So, da haben wir jetzt mal nochmal eine Eichel. In meiner Hose. Oder wir machen es einfach so. Hui, du hast mich entdeckt. Da haben wir wieder mal einen Krog. Was heißt wieder mal? In deiner kompletten Aufnahmesession haben wir nur zwei. So, das stellen wir nochmal weg. Toll. Toll. Da ist doch was zum Einsammeln. Da sind zwei Sachen zum Einsammeln. Maxi-Rübe und noch eine Maxi-Rübe. So, dann haben wir hier nochmal eine große Maxi-Rübe. Und eine... Ein Ausdauerling. Ah ja, nochmal eine große Maxi-Rübe. Ja. Was ist das denn? Kommt das näher? Ne, das liegt gerade voll uns weg. Spiel da auch drauf. Gut. Hier fänden wir noch eine Maxi-Rübe. Wie interessant. Da ist ein Nag. Da ist Wasser. Hier sind Bäume. Wir rennen mal hier nochmal ein bisschen rum. Vielleicht... Ich hab eine Ziege gehört. Wir gehen mal zur Titten hin. Bevor... Also... In den Dungeon... In den Schrein... Gehen wir in den nächsten Part. Bevor wir den Part beenden, würde ich sagen. Wir... Sind erstmal noch an den Stall bei den Sümpfen. Guck mal, was bist du denn? Oh, warte mal. Das ist seltenst wie ein Lied. Oh mein Gott. Ah, wie wär's mit einem Lied reißen, der? Na du, das da an deiner Hüfte. Ach, es ist nichts. Tut mir leid. Wir haben uns eben erst getroffen und ich... Wer bist du denn? Oh. Hast du noch nie ein Orni gesehen? Ach, wo sind noch meine Manieren? Ich bin Kashiva und ich bereise die Welt auf der Suche nach alten Liedern. Kennst du die alten Lieder von Hyrule? Die alten Lieder. Sie handeln von Helden, die viele Prüfungen gemacht, gemeistert und die Verheerung aufgehalten haben. Eines der bekanntesten dieser Lieder handelt von einem Held, der vor über 10.000 Jahren die Verheerung abgewährt hat. Möchtest du das Heldenlied hören? Dass mein Meister mich gelehrt hat. Ja bitte, mit Vergnügen legen wir los. Hyru, stolze Blüte unserer Welt, wurde seit Ehe vom Bösen angegriffen. Das immer wiederkehrende Unheilsame, Ganon, die Verheerung, war sein Name. Doch Hyru war nicht hilflos verloren, denn immer werden im Schützer geboren. Ein Ritter mit des Heldenklud, die Prinzessin mit der Göttin blut, gemeinsam trotzten sie Ganons Fud. Kunde der Schlacht zwischen dieser Gewalten ist uns in alten Liedern erhalten. Und hier folgt nun ein glorreichen Gesang, wie man vor 10.000 Jahren Ganon bezwang. Das Mächtige konnte alles fangen, brauchte nicht einmal von Monstern sagen. Mit sämtlichen Wesen und sämtlicher Macht war ein neuer Plan gegen Ganon erbracht. Erdachtschlung. Eine große Armee, beflissener Maschinen, sollte Held und Prinzessin im Kampf verdienen. Man baute Tiere, mächtiger als wir ahnen, von Riesengröße, die heiligen Titanen. Dazu Maschinen, selbststätige Fechter. Ihre Erfrige, Schaar nannte man Wächter. Eifrige, mein Gott. Um die Mächtigen Titanen zu bewegen, entsandte jedes Volk ihre stärksten Degen. Held, Prinzessin, Wächter, Titanen. Das Heer empfing Ganon mit fliegenden Fahnen. Die Verheerung erwachte und wütete wild. Es war ein Schrecken, erregendes Bild. Gegen das Heer verlor Gangung nichts. Sein Mut, er bekämpfte die Helden mit doppelter Wut. Während die Wächter an der Seite der Helden fochten, die Titanen Ganon zu Schwächen vermochten, das Heldenbandschwert durchbohrte ihn und durch der Prinzessinmacht ein Siegel erschien. Die Verheerung Ganon war damit geschlagen, so endet das Lied vor 10.000 Jahren. Amen. Amen. Amen.